Mr. Ferrari soll vermitteln.Lugner-Clan will jetzt Gespräch mit Simone führen.Seit Wochen herrscht Eiszeit zwischen Simone Lugner und dem Rest der Familie. Das möchte Heribert Kasper ändern.Wir sind eine Familie, ich will so ein Verhältnis nicht haben, ich will mich vertragen, holte Simone Lugner, 42, vor wenigen Tagen im Talk mit heute aus und fügte hinzu, das hat nichts mit der Lugner City zu tun, sondern mit uns als Menschen. Seit dem Tod von Richard Lugner am 12. August überschlugen sich die Ereignisse im Leben von Bienchen. Nach 72 Tagen Ehe wurde sie zur Witwe und verlor nach nur wenigen Wochen ihren Job in der Lugner City. Die Kündigung durch die Geschäftsführung, Mörteltochter Jacqueline Lugner und Gerald Friede, verhärtete die Beziehung zwischen Simone und dem Rest des Lugner-Clans, der aus Jackie, ihrem Mann Deo Lugner und Mutter Christina Mausi besteht. Einer, der zwischen den Stühlen sitzt, ist Mr. Ferrari Heribert Kasper, der sich sowohl mit Simone, als auch den restlichen Lugners gut versteht und sich als Vermittler angeboten hat. Nun meldet sich der Sportwagenliebhaber mit den ersten Neuigkeiten. Ich habe heute ein sehr positives Gespräch mit Leo Lugner geführt. Er wurde von mir informiert, dass es Simone nicht um einen Lugner-Job geht, sondern sich nur mit der ganzen Lugner-Familie aussprechen und versöhnen möchte. Der Friede und Zusammenhalt ist ihr wichtiger als ein Job, ist er hell aufgeregt. Kasper als Vermittler. Ich persönlich empfinde das als große Geste von ihr, so Kasper und weiter. Sie würde sich auch gerne entschuldigen, wenn sie vielleicht einen Fehler gemacht hat. Und damit soll er nun auch bei Leo Lugner auf offene Ohren gestoßen sein, wie er voller Freude berichtet. Leo hat mir danach zugesagt, dass sie mit Simone ein Gespräch führen werden, aber erst in einigen Wochen, wenn etwas Ruhe eingekehrt ist. Punkt Ich persönlich bin überglücklich, dass mein Einsatz, Glaube und Hoffnung belohnt wurde und Richard im Himmel sich wieder freuen kann. Simone hat mir sofort am Telefon gesagt. Ein Traum. Ich freue mich riesig, ist er stolz einen Beitrag zur hoffentlich anstehenden Versöhnung beigetragen zu haben. Seit Wochen herrscht Eiszeit zwischen Simone Lugner und dem Rest der Familie, doch Heribert Kasper, auch bekannt als Mr. Ferrari, versucht als Vermittler Frieden zu stiften. Nach einem positiven Gespräch mit Leo Lugner gibt es Hoffnung auf eine Versöhnung, wobei ein Treffen in einigen Wochen geplant ist, um die Spannungen zu klären. Jacqueline's will be den Punkt, but Jacqueline Lugner probably didn't get along with her father's six-five either. At least if Simone's Statement is to be believed, there was no friction. No, it was just that it was actually Jacqueline. She was also busy at Lugner City. But I never saw her there, except at the meetings for the funeral. I saw her there. And she didn't speak to me or communicate in any way after the funeral either. So much they didn't dan Google comport them. But if Simone could be the first time, Special Until I showed her the funeral. Hoor perch brought up some Jesus for the funeral. So much heads come to me, Young Thief to also give Philip a very quick service. She's a lovely for- MX-a-L từ the eleven Couldn hinder. She's a great wish to be. What is this week's latest offer, her coming to meine sorrow, is to puisse her to differ.